Hallo und herzlich willkommen zu unserer bunten Tierwelt. Im Hintergrund habt ihr gerade ein Kakadu, glaube ich, gesehen und jetzt ist es ein Vogel. Ganz, ganz, ganz glattes Eis, Dirk. Oder bist du so ein, wie nennt man die? Ornithologe ist, glaube ich, das Richtige. Ich bin gerade stolz auf mich, dass ich, glaube ich, dieses Dings wusste, weil ich bin einmal, damals Karneval, das hieß Fasching bei uns immer früher im Norden und in der Grundschule war das noch so ein Ding, man hat sich da, oh, das machen wir nicht. Trotzdem liebe Grüße. Und da ist man so, in der Grundschule ist man, dann hat man sich noch so verkleidet. Und ich habe nämlich einmal, das war richtig geil eigentlich, da hat sich meine Mama Mühe gegeben und ich war, glaube ich, gerade voll so in diesem, ich weiß nicht, ob das Jurassic Park war oder irgendwas, aber ich war so in so einem Forscherding so drin. Und dann weiß ich nicht, ob ich so als Vogelforscher oder Vogelbeobachter oder so und bin ich dann zum Faschen gegangen und das fanden alle total scheiße. Bin ich da hingegangen, hatte theoretisch voll die gute Verkleidung und wurde so semi-gemobbt dafür, dass das wahrscheinlich wieder zu schwul war oder so, so Klassiker. Ja, das ist auch zu schwul, genau so hat man das früher gesagt, das stimmt, ne? Wenn das vor 28 Jahren passiert ist, dann im Zweifel war irgendwas zu schwul. Ja, ja, genau. Könnte natürlich das Ding sein. Also das war, glaube ich, das war wahrscheinlich das, war das das am meisten und random verwendete Schimpfwort sogar? Ja, vermutlich, oder? Oder Bewertung oder irgendwas, einfach für was Negatives, ja, ne? Eigentlich schon. Das ist echt krass. Überleg mal. Ja, natürlich. Wahrscheinlich meist verwendet, ne? Ich muss dir eine Sache gestehen, weil du gerade über Vögel, ich habe wirklich, ich war kurz davor zu sagen, also irgendwas, so einen Wortwitz zu machen, wie Dirk, du bist gut zu Vögeln oder sowas. Ich sage es nur ganz offen, weil du hast es jetzt zwei, drei Mal, ja, ich sage es ja, ich fühle mich da, ich schäme mich dafür. Das ist bei mir auch wieder zurückgegangen, muss man sagen. Ich war jetzt, ich war jetzt acht Tage oder gut, theoretisch länger und eher und ich habe nicht so viele unangenehme Dead-Jokes gemacht, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie besser geworden. Müsste wahrscheinlich dann auch wieder schlechter werden demnächst. Vielleicht muss ich mir auch wieder vornehmen, oh, jetzt habe ich es, es liegt natürlich an Bengt. Ich habe jetzt acht Tage Event gehabt mit Bengt und der ist ja auf einem Level unterhaltsam versus unangenehm. Also halt genauso, wie ich es antizipiert habe, auch ehrlicherweise genauso, wie ich es will. Das ist erst auf diesem Niveau angekommen, das finde ich aber auch geil. Er hat jetzt diesen Stil als Moderator, also er peitscht geil an, so, macht auch alles gut. Aber er macht halt immer dieses statt natürlich, was ja auch richtig ist, weil Bengt hat fucking nochmal keine Ahnung von Beachvolleyball, dass er irgendwie versucht, den Leuten irgendwas zu erklären zum Ballwechsel, dass er einfach danach einen dummen Wortwitz macht. So, ne, er macht halt irgendeinen dummen Witz. Mach mal ein Beispiel, hast du ein Beispiel? Weil ich war ja, ich kriege die ja nicht mit, die Sprüche. Also wenn dir jetzt keiner spontan einfällt, dann lass das. Ja, keine Ahnung, dann war wieder, das war irgendwie Aufschlag ins Aus und dann irgendwie, ja, mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht nur auf die Länge ankommt, sondern auch auf die Technik, aber der war trotzdem zu lang. Oder irgendwie so, oder irgendein, so ein Ding macht er immer, oder macht halt Bengt immer den. Ich weiß nicht, das hat er sich auch gar nicht, weil die Pfeilgrad-Jungs, die ticken auch so ein bisschen so, also zumindest der Manu, der Verrückte, immer dieses, man zündet einen Joke, wo man weiß, den finden jetzt mindestens 50% scheiße, 10% feiern den Ultra ab und dann immer so ins Publikum gucken. Ins Publikum gucken und auf die Reaktion warten. So, nicht mal Fishing for Compliment, sondern Fishing for Reaction, ne? Und es dann auch feiern, wenn die Leute es halt scheiße finden, weil natürlich dann da so, da sitzen da so 200 Leute auf der Tribüne, die dann wirklich so... Das ist herrlich. Ich hab grad mit dem Kopf geschüttelt, für alle die nur Audio zu hören. Und von den 200 schreiben dann wieder 100 Leute in irgendeinem Postfach so von wegen, ey, der geht wirklich gar nicht, wir wollen lieber den Geschichtenerzähler von früher. Das wird passieren, also mit unserem Moderatoren-Team, ich mein, Ritchie polarisiert ja auch schon genug, oder hat er letztes Jahr, jetzt ist Ritchie quasi so der Mainstream-Character und jetzt haben wir die nächste Wildcard darauf gebracht, jetzt nämlich Bengt am Start und geht den Leuten auf den Sack. Das ist geil. Nein, aber... Über die Geschichtenerzähler, lieben Gruß an Axel Kuh, nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Nur ein anderer Ansatz, ne? Wie oft haben wir bitte schon betont, dass wir Axel Kuh echt gerne mögen und dass ich auch finde, dass Axel Kuh seinen Job gut macht, nur dass es halt, wie gesagt, ein bisschen der ältere Ansatz ist und deswegen schwer, schwer vernetzbar ist. Also ich glaub, wenn wir genug Zeit hätten, würden wir es sogar hinbekommen, dass Axel sich ein bisschen anpasst und irgendwie so, aber die Zeit hatten wir auch einfach nicht. Nein, und das muss man auch mal haben, das ist dann leider so. Ja, aber deswegen, das war keine Kritik, das möchte ich einmal ganz deutlich so sagen. Ja. Und eigentlich könntest du, ich glaube, eine Podcast-Episode, in der du an einem Wochenende davor die dummen Sprüche von Bengt irgendwie aufschreibst und einfach nur vorliest und wir uns dann darüber... Ich glaub, das wird schon reichen. Weil ich kann mir vorstellen, dass er die 40 Stunden da an so einem Wochenende das eine oder andere Ding zündet. Ja, aber was schön zu sehen, Bengt ist halt auch einer dieser Rookies, wo man dann so, man guckt dann so drauf und nach den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat, so ein bisschen Eventleben und dann auch so German Beach Tour Turniere dann immer überpaced natürlich komplett. Ja, das hat er mir gestern auch gesagt. Also ruiniert auch seine Stimme auf einem Niveau, ne? Also der muss echt mal, wir brauchen dringend mal hier, Philipp, kannst du mir hier dieses Gelo Revoice, müssen wir mal. Dann bauen wir Bengt so einen Anzug. Der schreit da rum und natürlich will dann auch alles mitnehmen, trinkt sich dann auch ordentlich dann mal hier und da mal einen rein. Und auch, gut, gehört halt ein bisschen zum Job. Also da so ein kleines bisschen angezündet zu sein, hilft halt. So trauriges Kling. Schamgefühl ein bisschen wegschieben, klar, natürlich. Und ist halt auch einfach so ein bisschen im Showbusiness, sagen wir mal so, ne? Ist kein Wunder, warum es da so viele Drogenabhängige gibt. Und bei uns ist es ja immer nur das Warsteiner, was ab und zu mal gezündet wird. Naja, das war halt witzig zu sehen. Aber gut, gehört auch dazu, gehört auch dazu, dass der jetzt erstmal seine Wunden ein bisschen lecken muss. Und er hat ja ein bisschen Päusle. Und in Hamburg hat er dann ja auch einmal Auszeit, dass er dann mit Volldampf wieder rein kann. Ja, er kam ja gestern auch sehr devot. Also er war gestern im Office, da hat er natürlich erstmal sofort einen Spruch gekriegt, weil der sah wirklich völlig zerhämmert aus. Also der sah, also klar kommen hier Leute, die, die montags im Büro sind hier nach zwei Wochen so Event, oder die, die zurückkommen, sehen alle zerhämmert aus hier. Da muss man ja ganz, die Belastung ist ja heftig so. Und Bengt ist halt so geil, weil der halt, wie du schon sagst, alles mitnimmt. Dann kriegt er natürlich erstmal einen Spruch. Und als er dann gegangen ist, hat er mir noch so erzählt so, kam mir eben ins Gespräch, aber meinte er so, ich muss da irgendwie, ich muss da so einen Weg für mich finden, dass ich am Ende des Events auch noch, also voll am Start bin, weil irgendwie, und ich so, was heißt Weg finden? Und nicht Vollgas 10 von 10 besoffen sein. Und er so, naja, reintrinken ist das eine so, aber auch von Donnerstag bis Sonntag schreien geht halt nicht. Er so, ja, ist ein Punkt. Also er hat selber, ich bin gespannt, ob da, die Entwicklung ist, die ist spannend. Ja, und vor allen Dingen, am Montag ist ja nicht so, dass er am Montag dann frei hat. Und dann direkt muss er Projektbetreuter werden von der ERF und so. Das ist spannend. Aber gut, so ist es nun mal. Der Touralltag, wenn es dann dann wieder ramponiert, in den Alltag geht, weil ich muss auch schon sagen, also natürlich bin ich jetzt ja schon, also bin es gewohnt, die Belastung auch. Und ich habe ja schon mal gesagt, es hilft natürlich, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag dann irgendwie die Wahrständler ins Gesicht jagt. Das sorgt natürlich dafür, dass man auch ein bisschen besser das Event dann da so stemmen kann. Trotzdem ist jetzt nach zwei Wochen, ich habe auch echt, also ich höre ja eh nicht so gut, ich habe jetzt links, habe ich glaube ich wieder, seit der letzten Dusche, habe ich wieder ein bisschen Wasser im Ohr. Man, es wird einfach irgendwann blöd. Also dieses Acht-Tage-Event, super komprimiert, in dann elf Tagen oder zwölf Tagen oder was auch immer. Also diese Beschallung einfach ständig zu haben, du wirst davon bescheuert. Also ich hatte es ja letztes Jahr in Düsseldorf, als wir gestartet sind, hatte ich immer noch dieses, dass ich dachte, man hört mich gerade irgendwo auf einer PA, also halt so auf den Boxen. Also dieses, wenn man hier das Reinrufen macht und man hört sich selber halt laut auf der Tribüne und so, das ist ultra weird. Und wenn alles so laut ist, dann wirst du wirklich, also das macht einen, macht einen auf jeden Fall dumm. Und davon muss man sich ein bisschen erholen. Deswegen war ich schon auch, also muss ich auch zugeben, obwohl ich es ein bisschen vernünftiger gemacht habe, war ich schon auch jetzt, also bin ich auch immer noch ein bisschen kaputt. Ja, man sieht ja das, das ist ja das Krasse, wenn man sich jetzt so gut kennt und so nah dran ist, so wie wenn ich dich montags im Office sehe, vormittags und du nachts irgendwie zurückgekommen bist, dann ist das halt sehr nah am Event dran. Dann sieht man, es gibt manchmal den müden Dirk, in deinem, müde, klar, passiert, aber das war jetzt erschöpft und das ist auch heute immer noch so, wenn ich ehrlich bin. Also du siehst noch erschöpft aus. Ja, würde ich auch sagen. Aber alles in Ordnung, alles so im Rahmen, würde ich sagen. Ja, weil es ist ja das, also das können wir ja mal im Gesamtkontext, das ist ja die schlimmste Phase, die wir gerade haben. Also, erste Event ist immer schlimm, so ist immer viel mehr Aufwand als, also viel mehr Aufwand für alle und viel mehr Augen, Ohren offen halten, als dann irgendwann, wenn es eingespielt ist, das ist auch klar. Ja, und die Phase ist halt, ist halt, ist halt intensiv, ne? Wird dann entspannter. Vor allem jetzt, Hamburg ist ein Einzel-Event, das nächste. Ja, das stimmt. Und dann müsste es eigentlich so Düsseldorf zu Hause schlafen. Ja, das wird ein Luxus. Alter, da freue ich mich drauf. Das ist echt geil. Und dann ist man ja eigentlich so eingespielt, dass München... München wird auch mega geil, das wird dann glaube ich auch nicht ganz so heftig. Genau. Und dann ist man ja eh schon auf dem Endspurt, wo man dann nur noch Hyped ist. Berlin wird dann nochmal geil, Timmendorf ist eh Ausnahmezustand. Ja. Ja. Das ist eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Kann man glaube ich so machen. Und ich würde sagen, dann ist es doch Transition organisch so ein bisschen Fazit. Wir haben den letzten Mal auch Noten gegeben, haben mich auch viele Leute darauf angesprochen, die dann so ein bisschen überrascht waren mit, boah, drei Minus, das hört sich ja voll negativ an. Wie gesagt, ich spreche da vor allen Dingen aus der Spontent-Blase. Das war ja auch immer, das kann man ja daran ganz gut erklären, wie jetzt auch die verschiedenen Jurisdictions sind, so von dann der NBO, die natürlich zu Spontent gehört und auch Spontent gehört. Grund um Anne da das Team, die sich jetzt vor allen Dingen viel um dieses On-Location, On-Event, die ganze Orga drumherum, Sand und all so ein Kram da gekümmert haben und wie alles da auch die Zahnräder aneinandergreifen. Und dann so die Spontent-Blase ist dann Regie, Technik, Personal und so weiter und zusehen, dass der Stream läuft. Natürlich auch, dass das Event auch läuft, weil quasi ja auch, dass der DJ da abliefert, dass Oskar das da gut macht und so auch. Und da hatte ich uns einfach eine ehrliche drei Minus gegeben, weil noch relativ viel in die Wicke gegangen ist. Würde ich sagen, haben wir uns natürlich, wie meistens es ja so ist bei uns, gesteigert. Einziges Problem war halt, dass auch nochmal wirklich Grüße, zum Glück, ey, ihr habt echt Glück, dass ich euch nicht namentlich erwähnen kann, weil ich hab's mir A nicht gemerkt oder B weiß ich einfach gar nicht, wie eure Scheißfirma heißt, aber Bruder, das ist mit dem Internet eine Vollkatastrophe. Ey. Und dann das Level an Support, einfach zwölf Tage lang zu hören, ist jetzt auch keiner mehr da, da können wir eigentlich auch nichts machen. Und dass da wirklich nichts passiert ist und wir da diesem Schicksal ausgesetzt waren, dass einfach klar war, es wird pro Wochenende sieben bis acht Mal, der Stream wird uns abschmieren wie ein guter alter Käse, war einfach ein Desaster. Ich musste mich so, du kennst mich auch, und natürlich auch. Ich musste mich so zusammenreißen, wenn dann immer dieses auch, mir tun dann immer die Regieleute auch leid, weil dann sitzt da so ein Marco, Marco geiler Typ aus Wiesen. Der kriegt die Fresse dick. Der kriegt nicht die Fresse dick, weil ich, ne, Marco hat dann ja Welpenschutz, aber wenn er dann so von unten aus dem Ding kommt, dann kommt ja dann so der Kommentar auf und so auch. Also wir sehen's dann natürlich auch, weil auf einmal passiert nichts mit dem Chat. Ja. Und die Leute dann so, okay, most likely ist das Internet gerade gone oder die Leute enjoyen gerade den Content nicht, meistens ist das Internet und dann kommt's so leise aufs Ohr, ja, wir sind, glaube ich, gerade wieder offline und dann wirklich immer so das, okay, zusammenreißen. Die Hand muss heile bleiben fürs Pumpen, nicht irgendwo gegenschlagen. Aber ey, wirklich, wirklich schwer, da das Hype-Level oben zu halten, weil das immer so ein Buzzkill ist. Aber auch da, wir werden da irgendeine, wir sind da auf jeden Fall auch dran, irgendeine Lösung zu bauen. Wir müssen zumindest hinbekommen, das war auch ein guter Vorschlag aus dem Chat, das machen ja auch andere Streamer so, dass es dann zwar F ist, aber dass dann halt im Zweifel dann da ein Screen kommt, wo steht F, wir haben gerade Internetprobleme, aber halt scheiß Wort auch nicht 38 Mal gestückelt wird. Weißt du, was das Witzige ist, kurzer Exkurs, bei den anderen Produktionen, machen wir das gerade. Also wenn wir 24-7 bei Eli und Trimax so online sind und das produzieren, da haben wir das. Bei uns anscheinend nicht, aber es ist, ja, du hast auch schon recht. Ist auch natürlich nicht so, also ist auch kompliziert und so, aber ist machbar und das müssen wir auf jeden Fall zusehen. Also Twitch hat halt auch eine, deswegen für alle, die jetzt wieder, gibt ja so viele Neunmal-Kluge immer im Chat, die auch uns immer sagen wollen, dass man ja Statistiken viel besser mit Excel-Listen und so machen könnte, wäre alles so super leicht. So, ja, ja, da einen hinsetzen, der da eine Excel-Liste führt und das dann automatisch da alles einpflegen. Ja, mit Sicherheit, wäre bestimmt alles möglich. Wir machen da eventuell einen more advanced Approach und auch da, wenn das Internet weg ist, ist es auch schwer für die Menschen in Polen, das alles vernünftig zu machen. Naja, also, aber für alle, die davon gehört haben, ja, Twitch hat auch so eine Funktion, dass man das theoretisch machen kann, dass wenn dann die Connection kurz weg ist, dass dann ein Screen kommt, führt aber dazu, dass man halt viel mehr Latency und Delay hat mit dem Chat und das wollen wir halt nicht, weil wir wollen so nah dran an euch bleiben wie möglich. Deswegen nehmen wir die Funktion eigentlich nicht. Vor allem bei so schnelllebigem Sport kannst du das nicht machen. Das ist Katastrophe, wenn du so drei, vier Sekunden Delay hast mit den Nachrichten beim Sport, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist ja sowieso diese, also wir haben ja, also natürlich, dass wir eine belesene Community haben zum Teil, so, das ist leider so, ja. Ist ja auch oft gut. Oft ist es gut. Die haben alle Ideen, dann schicken die mir Speedtests von ihren, von ihren mobilen Lösungen irgendwo auf dem Land oder weiß nicht was, schicken die mir Speedtests, also mehrere, mit dem hier, das ist meine Lösung hier, wo ich so denke, Bruder, glaubst du im Ernst, dass wir, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen oder was? Dass das so die beste, die Scheiße, ich sag's euch ganz ehrlich, die Lösung in Bremen war jetzt scheiße, absolut, ungenügend, ungenügend und das war die bestmögliche, die verfügbar war. Ja. Und das ist das Schlimmste, das heißt, an sowas, muss ich mal ehrlich sagen, da kann jetzt Bremen sich noch so geil etablieren und uns geil weiter supporten oder so, dann ist das ein No-Go für unser Produkt, ne? Ne, stimmt. Wenn sich das nicht entwickelt und quasi Bremen das einfach als Land nicht geschissen bekommt, da auf den Stand vernünftiges Internet zu machen, dann kannst du da nicht mehr hin. Aber war ja jetzt auch nicht in dem Fall so, ich meine, tatsächlich ist es ja passiert, kannst halt auch nicht antizipieren, du planst ein Event, alles läuft und dann, ja, heißt es halt bei der Telekom, jetzt No-Product-Placement, unsere Box wird gerade umgebaut und wir könnten euch eh maximal nur irgendwie 16 Upload da gerade geben, weil die wird umgebaut und geht halt leider nicht. So, letztes Mal hatten wir ja über Bäume und alles ein Internetkabel gelegt. Also, das war auch verrückt. Das war die Geschichte. Aber das hat halt funktioniert. Ja, das stimmt, das hat funktioniert. Trotzdem sollten wir, also sollten mit ganz vielen Ausrufungs- und Fragezeichen in Klammern eigentlich jetzt nicht mehr so viele Probleme haben mit dem Internet an den weiteren Standorten. So, in Hamburg ist eine ganz andere Infrastruktur. Ja, aber denkt doch mal da an, King of the Court letztes Jahr zumindest, da hatten wir auch Probleme. Oh, da hat es auch abgeschmiert am Ende. Weil da das Netzwerk nicht funktioniert hat. Ja. German Beach Tour ging dann. Wir sind immer noch in Deutschland. Das ist halt schwierig. Das ist eine große, aber du hast hier, Note. Ich hatte letzte Woche, ich war auch bei der 3-, da habe ich mich angeschlossen. Ne, ich habe 4- gesagt und nach außen hin, hätte ich uns ein 3 plus gegeben oder sowas. Habe ich das gesagt oder war ich sogar bei 3-? Weiß ich gar nicht genau. Oder glatt 3, irgendwo da. Deswegen Note gerne. Dann steigere ich mich jetzt, also aus meiner Blase, aus meiner POV gehe ich hoch auf eine 2-. 2- schon? Ja. Oh, okay. Aus welchen Einflussfaktoren ziehst du da rein? Ja, weil schon wirklich vieles auch besser lief, muss man jetzt einfach sagen. Ja? Also ja. Also abseits vom Internet lief schon sehr viel besser. Okay, also du bist jetzt aber schon noch sehr an deine, ich sage mal, Blase, ohne es negativ zu meinen Geboten. Also du wirst andere Punkte mit sichern, deine Note mit reinbringen, die ich einfach, wenn ich da als Kommentator aktiv bin, nicht genug mitbekomme. Ja. Und jetzt ist, wenn ehrlich sind, die Verbesserung ist nur, weil es schon einmal gemacht wurde und gelernt war, die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Mal Neuaufbau dieselben Fehler in dem ganzen Eventablauf und so wieder passieren und auch bei... Die ist gegeben, ja. Die ist beinahe 100 Prozent, da kenne ich den Laden hier leider auch gut genug. Deswegen würde ich jetzt im Innenverhältnis, also ich bin auf jeden Fall noch, vier Minus ist es nicht mehr, es wäre okay, wenn ich eine vier Plus gebe, vielleicht sogar glatt vier nur, weil das war wirklich wieder, das Problem ist ja, dass die Effizienz und die Zahnräder, die einzelnen, das einzelne Stück, was du betrachtest, ist gut und wir können uns immer noch hier hinsetzen und wenn jetzt die fünf, sechs Streamerbrüche nicht sind, können wir immer noch sagen, das ist das bestmedialisierteste Beachvolleyball-Produkt in Klammern, olympische Spiele ausgeklammert, so was es gibt. Punkt. Das können wir sagen, ne? Aber die Zahnräder, die auf diesem Event ineinandergreifen müssen, das war schon wieder, also wenn du an jede Zahnräder, da rollt ja eigentlich eins und dann gehen die anderen mit. Wenn du aber zwischen jedes, alle zwei Zahnräder immer so einen haben musst, der rechts und links so anschiebt, so wenn ich jetzt mal so Bildsprache machen darf, dann ist das halt Bullshit, ne? Dann kannst du die Leute auch mit Excel-Tabellen in das Feld setzen und dann funktioniert das halt nicht, ne? Ah, das ist wirklich, ja, deswegen bin ich bei einer 4+. Nichtsdestotrotz, deine Prediction ist ja, also hat der A funktioniert und jetzt wissen wir, die Scheiße ist nur, wir wissen nicht, ob der Zuschauerzuspruch wegen, wir waren jetzt schon länger in der Stadt und es hat sich rumgesprochen, das Teilnehmerfeld war besser. Aber ob Helene nicht mehr da war. Oder, also genau, diese ganzen Themen, wir wissen leider nicht, weshalb es besser war, aber Fakt ist, die Atmosphäre und auch die Bilder, die dadurch erzeugt wurden, die fand ich schon richtig, richtig geil. Es sah wirklich geil aus, muss man sagen. Also wir hatten ja auch immer, wie gesagt, diesen Blick aufs Museum, auf diese große Tribüne. Du musst doch heftig ausgesehen haben, oder? Das war geil, das war hammergeil, muss man wirklich sagen und ne, Tribüne und Stimmung und so, das lief schon ganz gut. Also hat man auch wieder gemerkt, tragen natürlich dann echt wieder so ein paar Kerngruppen und so, das ist echt unterschätzt, von daher. Das Gruppenthema ist wichtig, ne? Ja, da müssen wir auch echt weiter, weiter das supporten. Du hast dich gemeldet, wir sind im Austausch. Das ist gut. Wir müssen das jetzt, wir werden das weiter forcieren. Ich habe mit Philipp dazu schon gesprochen, ob ihr wollt oder nicht. Das sind die ersten Learnings und die versuchen wir schon diese Saison irgendwie, dass wir es zumindest mal mit aufnehmen und so. Trotzdem, dass das Ticketing fair und transparent bleibt, das ist klar, das müssen wir hinkriegen, aber wir müssen diese Gruppen mehr supporten irgendwie, also mehr oder mehr forcieren, so würde ich es eher formulieren. Das ist wichtig, weil das ist ja ultra geil. An dem Sonntag waren da wieder zwei, oder Samstag und Sonntag waren da jeweils zwei Gruppierungen und auch alles gute Menschen. Also ich weiß nicht genau, wer jetzt da dabei war an dem Wochenende, aber gefühlt war das einfach eine ultra gute Tour. Das war geil. Deswegen, es war alles in allem, gut, von sportlich brauchen wir nicht reden. Also, wenn wir mal ehrlich sind, das war, bei den Männern war das das, bei den Männern war das das geilste deutsche Tourturnier, was es jemals gab, vom Niveau her. Oh, jemals gab, sagst du? Ja, weil ich rede immer vom Durchschnitt. Okay. Weil selbst damals, als auch Top-Teams oder auch mal Brauer, Musen oder so am Start waren, waren dann trotzdem halt so. Ja genau, da erzählten Tim Noack, dass er da irgendwie, die waren an drei gesetzt und wir waren immer so an 14 und dann haben wir in der ersten Runde gegen Samuel of Smetians gespielt. So, dann spielen morgens um neun auf Court 3 Samuel of Smetians gegen Beck Noack. Nix gegen Tippen, für die ist das auch total geil, aber, ja, das trägt nicht zum durchschnittlichen Spielniveau bei, wenn da solche Spiele dann auf vier Feldern gleichzeitig passieren. Deswegen im Durchschnitt, die Qualität zu gucken, mit den Teams, war, und das kann ich, ich glaube, ich bin ja einer, der das behaupten darf, mit 15 Jahren, Tour, Flashback so, kann das einfach so behaupten und dann muss erstmal einer kommen und sagen, das Turnier war geiler, dann lasse ich mich gerne auf eine Diskussion ein, aber ich würde das jetzt einfach mal so fest, also bei den Männern auf jeden Fall so festnageln. Safe, also ich war schon beim ersten Turnier einfach auch ein Fan von dem Achterbaum. Ich mag das einfach gerne, weil ich meine, jetzt selbst so, haben wir Clemens ja auch gestern gefragt, wie gesagt, nochmal ein kleiner Plug. Mal gucken, wir werden wahrscheinlich einen kleinen Schnipsel da nochmal auf YouTube veröffentlichen, irgendwie von Clemens Interview oder so, sehr spannend, also gerne mal ins Wort reingehen, wenn ihr das ganze Interview auf jeden Fall sehen wollt und es gibt halt nicht mehr so diese langen Durchatmen-Phasen, so, ne, dann auch für so ein Top-Seed, ich meine, spielst du die erste Runde gegen die Wölfe, die es durch die Quali geschafft haben und selbst die Wölfe, die strengen sich dann auch an und dann musst du da erstmal eine konzentrierte Leistung zeigen, weil ansonsten wird es unangenehm und dann geht es direkt Rambazamba rein, dann einfach, ne, für so ein Team wie Eder Zickler. Ja, dann hast du im Viertelfinale die Neuauflage vom DM-Finale letztes Jahr. Ja, so, Punkt. Einfach mal so, dann spielst du im Halbfinale gegen internationales Top-Team und im Finale musst du dich dann mit den jungen Wilden Nationalteam dann da boxen, die auch richtig Bock haben, also von daher, das war geil, hat glaube ich auch hoffentlich hier diese Diskussion um die Wildcard dann auch beendet, weil ich zumindest im Stream und auch vor Ort, gab es eine Diskussion? Alle das Maximum, also ganz wenig bis gar nicht. Also zu mir kommt ja nichts an, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass die Leute, auch aufgrund dessen, dass ich sehr konfrontativ bin, dann wenn ich damit konfrontiert werde, so oftmals hinter Brücken ihre Unmut tun, so, das ist klar, da kommt immer nicht so richtig zu mir an und wenn dann über zwölf Ecken, aber gefühlt, also A, egal wer sich da im Hintergrund beschwert, der muss jetzt mal nüchtern drauf gucken und sagen, Bullshit, genau die Wildcards wollen wir haben, so, ganz klare Sache, genau die und keine anderen, ja, deswegen gibt es jetzt in Hamburg keine, weil in Hamburg haben sich keine Teams, die wirklich medial und auch vom Spielerischen das Niveau so hochheben, ja, in Hamburg wird es keine Wildcards geben, das kann ich jetzt hier dienstags mittags schon spoilern, weil das Gremium das so entschieden hat, gibt es da Diskussionen oder hast du ernsthaft was gehört, also du musst jetzt keine Namen nennen, Nein, das meine ich ja, deswegen ist das Schöne, dass, also, ich denke mal in der Spielerschaft, klar, wie gesagt, wir sind die Kandidaten ja auch durchgegangen, die halt davon einfach betroffen waren und deswegen dann nicht irgendwie irgendeinem die Quali noch nachgerückt sind oder in so einem Hauptfeld hätten spielen dürfen oder was auch immer, aber ich glaube im Chat und wie gesagt vor Ort fanden das alle, haben das als Privileg empfunden, so ein geiles Team mal zu sehen, auch das erste Mal dann so richtig live, ich meine, wir hatten ja Steven schon einmal vor der Nase im Stream vor, was war das, vor zweieinhalb Jahren oder so, als er mit Lukas Fretzschner Ding da zusammen gewonnen hat, das war auch sehr, sehr geil und ja, ist, wie gesagt, eine Riesenbereicherung, solche Teams zu haben und deswegen wird es auch im Zweifel nochmal passieren, also wir haben ja gestern mal ein bisschen rumgesponnen im Magazin, wenn irgendwie Elas Wickler sich organisieren, dass sie, keine Ahnung, mit Arman Hellwig mal ins Trainingslager gehen zusammen, wenn es eine Möglichkeit wäre und die Bock haben dann zu sagen, ey, wollt ihr da nicht auch einfach German Beach Tour zocken und, 100 Prozent, natürlich, natürlich werden wir dann den aber sowas von dem Teppich aus rollen, dass wir Arman Hellwig bei der German Beach Tour sehen. Gut, das muss immer noch durchs Gremium. Ja, gut, wird besprochen. Das ist ein Vierer-Gremium. Wird besprochen. Ne, ein Fünfer-Gremium ist das, glaube ich, aber da nur einmal, aber sagen wir mal so, das würde durchgewunken werden, so würde ich es mal formulieren. Ich denke schon. Ich denke schon. Deswegen, also da... Nicht, dass du dann noch die Chance hast, denen da live die Beine zu brechen oder so, dass die nicht, ne? Ach ne, Geld hast du ja schon abgeschrieben, das ist ja okay. Ja. Ich weiß auch, wo du jetzt gerade geredet hast. Die Wette. Den Transfer habe ich... Die Wette. Ach, den Schweden. Ne, 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 ne. Die 500 Euro, die sind eingeplant. Die kann ich dir hier immer, die kann ich dir hier so unter deine, unter deine Uhr auf deinem... Die musst du mir nur 480 geben. Ich habe ja eine Wette habe ich schon verloren. Wir sind gerade bei 480 plus sind wir. Nein, nein, nein. Zählen die 500 da rein oder? Nein, das ist was anderes. Die kriegst du einfach so. Ja. Das ist dein Privates, ne? Also du, dein Wettgewinn geht in deine Tasche. Ne, das haben wir doch schon besprochen. Nein, wir haben doch schon auch näher besprochen, dass das... Also sind das 520 im Pott jetzt gerade? Das sind 520 im Pott quasi, ja. Oh, geil, Alter. Ja. Wir müssen da jetzt auch mal mehr mit anfangen, Alter. Da YouTube-Kommentare sehr gerne mal sagen, wo wir mal in die Wetten reingehen müssen. In unsere interne Wetten, für die, die das nicht hingekriegt haben. Sehr eingeschlafen, ja. Das hat nicht so funktioniert. Das heißt eingeschlafen, da war nie wach. Wir haben das einmal gemacht, random oder so. Also das war... Naja, gut. Okay. Ja, das zu Bremen. Ich fand das sehr, sehr geil. Und, was ich auch geil finde, um jetzt ein bisschen vielleicht Ausblick zu machen, erstmal finde ich es ganz cool, so zwei Wochen Bremen, jetzt zwei Wochen Hamburg, King of the Court vorgelagert und dann nächste Woche Join Beach Tour in der Active City Arena Heiligen Geistfeld geht jetzt King of the Court Donnerstag los. Und ich finde geil, dass wir auch ein super heftiges Teilnehmerfeld bei den Männern haben. Es ist halt krass, dass die Holländer und Elas Wigler rausfallen und du jetzt auf das Teilnehmerfeld guckst und denkst so, ja, ist jetzt nicht mehr so besonders. Ja, Bullshit. Es sind alle da. Es sind alle da. Und es geht ab Donnerstag schon richtig heftig her, ne? Das ist richtig heftig, so. Und bei den Frauen haben wir die Antwort, weil da jetzt so gut wie jeder mitspielt außer Sinja und Svenja, ne? Ja, das ist geil. Das ist geil. Also bei Frauen kriegen wir jetzt die Antwort im Teilnehmerfeld. Also Sinja, Svenja und Carla Borger quasi. Genau. Aktuell so, ne? Also aber auch mega spannend. Sarah Schulz, die dann mit Sandra Rettlinger zusammenspielen wird. Also höchst spannend. Und ja, halt das erste Mal dann, also so sieht es zumindest aktuell aus, Laura Ludwig und Luisa Lippmann und das wird natürlich krass. Also geil zu sehen dann auch, wie die sich gegen verschiedenste Gegner dann da präsentieren werden. Ja. Weil ich sag mal so, auch erste Runde gegen so ein Team, was aktuell schon auf der German Beach Tour da gebuckelt hat. Das sollte auch nicht so super leicht werden. Und deswegen, also Hamburg sollte sportlich ein absoluter Kacher werden. Ja und auch, also Laura Ludwig als ein absoluter Superstar auf der German Beach Tour begrüßen zu können in ihrer Heimatstadt Hamburg, ne? Das finde ich ultra geil, Mann. Das ist doch eine Story. Da geht doch eine Magie aufs Feld. Das ist doch geil. Da habe ich mega Bock drauf. Ich hatte so Schiss gestern, weil wenn Laura, also für euch zur Info, es gibt ja so eine Zulassung, die sechs sind in, so sechs, die ersten sechs sind im Hauptfeld, ne? So, das wisst ihr mittlerweile alle. Laura und Luisa hätten nicht genug Punkte gehabt in der aktuellen Rangliste. Laura hat aber gestern Morgen den Antrag gestellt, dass sie ihre Punkte aufgrund der Schwangerschaft jetzt quasi zurückrechnen lässt und dadurch nicht mit 350 DVV-Punkten, sondern mit 800 isch eingeht. Und deswegen sind die jetzt an drei oder vier gesetzt. Also sie hat jetzt quasi über Nacht durch ein Aktivieren ihrer Schwangerschaftsregel die Punkte völlig zurecht, die sie hatte, jetzt dazugekriegt so. Das ist wie eine Verletztenregelung und Schwangerschaft ist, glaube ich, eine ganz gute Regelung. Kann man immer irgendwie für alle irgendwie anders auslegen, aber Fakt ist, die sind jetzt im Hauptfeld. Wer wäre denn gewesen, wenn die jetzt einen Whitecard-Antrag gestellt hätten in Hamburg? Dann hängst du da und dann nimmst du, also da will ich jetzt nicht drüber mit dir diskutieren. Ich glaube, ich hätte gesagt, ja, muss trotzdem gemacht werden, weil Laura war schwanger und hatte deswegen keine Chance, Punkte zu holen. Auf der anderen Seite hätten die aber auch in den letzten Monaten ausreichend Turniere spielen können, um genug Punkte zu haben. Auch die Bremen-Turniere schon. Deswegen bin ich so, das wäre, ich bin richtig, richtig froh, dass die einfach im Hauptfeld sind und ich freue mich total, dass die antreten. Weil sonst wäre es, sonst hätte das heftig. Das wäre ein bisschen awkward geworden. Genau. Deswegen bin ich froh, dass das jetzt genau so ist, weil dann freue ich mich auf die Antwort im Frauenfeld so ein bisschen jetzt. Weil dann haben wir auch da alle gesehen. Ja. Und das ist ultra, ultra geil. Bin ich richtig gespannt. Plus? Ja, gerade auch Sude Schneider so ein bisschen. Letztes Jahr war ja auch schon so ein bisschen enttäuschend, als sie den Titel nicht geholt haben. Ja. Und da sogar ja im Halbfinale rausgeflogen sind gegen Aulenbrook-Ferger. Und jetzt so nach ein, zwei enttäuschenden holten Turnieren, jetzt dann aber auch die Bühne zu Hause zu nutzen. Dann so, ne, vor der Kulisse ja wieder vor St. Pauli und so weiter. Das ist ja auch wieder ein Ding. Ja. Freue ich mich drauf. Finde ich richtig geil. Und wir spielen, letztes Spiel, wir haben es gestern durchgesprochen, wir beiden, Dirk. Wir haben es jetzt so eingetragen, das schon mal vorweg. Genau, confirmed, das letzte Spiel 20.30 Uhr. Also das letzte Quali-Spiel Donnerstag, zum Beispiel der Männer, ist um 20.30 Uhr. Das letzte Spiel am Freitag und Samstag ist auch jeweils um 20.30 Uhr, weil wir bis 22 Uhr spielen können und Musik spielen können und so. Dann schön mit Flutlicht, total geil. Ich hoffe, es ist ausreichend warm genug und regnet nicht zu doll. Und Sonntag ist dann schön abends irgendwie 18.30 Uhr und 20 Uhr sind die Finals. Also da freue ich mich komplett drauf. Diese Abendsatmosphäre, die war letztes Jahr, erinnere dich mal, in Hamburg zurück, Alter. Das war schon sehr geil. Und es ist ja auch fürs Event nur so viel besser. halt diese Morgenstunden. Ich glaube, für manche im Stream sind die charmant. Im Stream funktioniert das, klar. Man steht auf und im Zweifel hat man vielleicht frei oder man muss erst ein bisschen später zur Uni oder es ist einfach auch Wochenende und gönnt sich dann so von 9 bis 12 Uhr morgen so ein bisschen Breakfast-Session. Aber ich glaube, all around, weil es ist ja eher dann schade, dass der Stream dann irgendwann abends vorbei ist. Also deswegen Hammer. Also das so verschieben können, das ist eigentlich optimal. Ich glaube, Sonntag haben wir jetzt angesetzt, das erste Halbfinale ist sonntags um 13 Uhr, ne? Also 13 Uhr ist ja, also du kannst ja, dann kannst du samstags, wenn du das Wochenend-Ticket in Hamburg hast oder Wochenende einplanen, kannst du samstags den ganzen Tag mitnehmen, abends noch Vollgas darüber auf die, Vollgas auf die Meile stolpern drüben und am Sonntag einfach noch ausschlafen, frühstücken und dann wieder zum, Klingt nach einem Plan, oder? Für alle, die noch keine Tickets haben. Ihr findet es natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung auch einen Direktlink zu Hamburg und dann tobt euch mal aus. Müssen wir jetzt nochmal irgendwie noch einmal letztes Mal erklären, was da jetzt irgendwie besonders ist mit Hamburg? Ja, da gibt es diese Tische beziehungsweise diese Logen an der einen Seite und die kann man sich in Gruppen holen. So, und da gibt es noch einen Fünf-Liter-Fass dazu. bin ich eigentlich ganz charmant von unserem Partner Warsteiner, steht da dabei, das finde ich ganz geil. und auf der Tribüne und das ist das, weil das ja ein Multifunktions-Arena ist, ist es ein bisschen schade, weil das so gegen unsere Philosophie geht. Es gibt keine Sitzschalen, sondern es gibt nur quasi Tribünenzugang und den können wir, also den könnt ihr euch sichern. Haben wir jetzt ganz bewusst nicht so forciert, diese Tickets, weil die sichern ja nur einen Zugang zur Tribüne beziehungsweise zum Areal, wenn das Areal zu voll wird. Was auf einen Samstagabend, wenn eine Laura Ludwig spielt oder so, ja in Hamburg passieren könnte, ist ja schon oft genug passiert bei kostenlosen Beachvolleyball Veranstaltungen. Dann würden wir das Gelände räumen und dann zählen nur die, dann können die nur die Ticketinhaber, die ein Bändchen kriegen, drinbleiben. Aber ich würde es auch in dem Fall jetzt niemanden verübeln, der da jetzt wirklich sagt, ja komm, ich kann mir eh keinen genauen Sitzplatz sichern, dann mache ich Try and Error und zur Not, wenn ich rausgeschmissen werde, hole ich mir eins. Das ist dann, das ist die, ja das ist das Problem bei dem Thema, dass wir uns da ein bisschen anpassen müssen. So, ja. Nicht ganz optimal, aber ich glaube, dann ist es jetzt vorsichtig genug platziert, dass sich dann auch jetzt sich nicht im Nachhinein wieder alle beschweren. Ja, über so viele Wartze. Sich so eine Loge zu gönnen oder halt da wie gesagt diese ultrageile POV zu haben, so mega dicht dran zu sein oder einfach auch diese Vogelperspektive oder so von ganz oben, das haben wir jetzt ja, das habt ihr ja hoffentlich gesehen. Philipp hat, gestern haben wir eine Nachricht gekriegt auf den German Beach Tour Kanal-Account, das ist so mega geil. Hallo, ich habe Karten für King of the Court, kann ich die tauschen gegen den Tisch bei der German Beach Tour? Solche Anfragen kommen ja und dann sagst du so, nee, weil wir sind ein anderer Veranstalter, das ist ein ganz anderes Ticketsystem, geht also einfach nicht. Ach, schade, versuch was wert. Dann war das Thema durch, weil wie gesagt, so charmant, so charmant, da habe ich gesagt, dass wir uns eigentlich merken, solche Themen. Wir müssten eigentlich mal so ein Best-of-Anfragen in den Kanälen packen, im Social Media Management, weil da passieren... Kann Philipp mal ein bisschen was sich merken, ja. Das ist so viel Arbeit. Willst du einmal noch mal ein bisschen, die Leute waren ein kleines bisschen verwirrt und du bist ja organisatorisch da mehr drin gewesen und auch in den Absprachen im Zweifel auch hier mit Wilco und den ganzen Verrückten da, weil die Leute haben sich ja gefragt oder haben dann auch das Werbe-Ell gesehen, das wir beworben haben, holt euch Tickets. Da natürlich automatisch kam, oh, streamt ihr King of the Court? Nein. Wo es dann leider hieß, nein. Ich denke mal da nachvollziehbare Gründe, weil King of the Court hat einfach sich da eine Paywall gebaut und das Turnier findet dahinter statt. Natürlich kann man immer sagen, das ist ja auch das Prinzip mit vielen anderen Sachen, man geht einmal auch auf free, um dann nochmal mehr Aufmerksamkeit darauf zu sorgen, einmal in Deutschland, um dann zu sagen, hey, wenn ihr die weiteren King of the Court Turniere verfolgen wollt, dann lohnt es sich ja vielleicht dann da rein zu payen, aber diesmal läuft es dann halt auch noch zusätzlich auf Twitch. Das wäre ein Ding gewesen, wir haben es ja letztes Jahr auch gemacht, dieses Mal ist es nicht so, trotzdem sind wir ja mit dem King of the Court Event so ein bisschen verbandelnd aufgrund des Events und ich glaube, das kannst du einmal mal ein bisschen für die Leute, damit du es verstehen, mal ein bisschen erklären. Ich meine, am Ende teilen wir uns ja die komplette Infrastruktur. Also in Hamburg selber ist die Stadt Hamburg interessiert daran, so eine Multisport-Arena zu packen. So das macht Sinn, das ist zum Beispiel dieses Jahr, da kann ich ja sagen, jetzt vier Wochen am Stück, also King of the Court, German Beach Tour, dann German Paddle Tour, da sind wir ja auch noch mit am Start, das werdet ihr aber auch noch mitkriegen und so und in der vierten Woche ist glaube ich so Breakdance oder irgendwas oder sowas und dann wird das... Also 3x3 diesmal nicht. 3x3 nicht, genau, weil da einen Termin-Clash gab bei denen und das sind so die vier Wochenenden, die da jetzt gefüllt werden. Nächstes Jahr ist zum Beispiel die Active City Arena, so habe ich es bisher gehört, vor der Fußball-EM in Deutschland geplant und dann sollen davor drei Wochen Sport-Events stattfinden, dann soll das umgebaut werden zu einer Public Viewing-Meile. So, so hybrid wollen die halt diese Sportstätten nutzen und ja, wenn wir mal ehrlich sind, das zahlt ja genau auf unsere Philosophie ein. Zwei Wochen den Sand nutzen, man teilt sich die Infrastrukturen, das macht absolut Sinn. So und deswegen ist King of the Court jetzt da und wir, zum Beispiel, wir haben jetzt unsere LED-Banden und unsere LED-Wall dahin gepackt, kümmern uns darum, dass die LED-Bespielungen und alles da funktioniert, ist quasi so eine Barter-Leistung, so eine Hand wäscht die andere, dafür zahlen wir weniger Miete in dem Stadion und so nutzen wir halt die Synergien zusammen. Und ich kann dir sagen, das ist, zum einen macht das Sinn, so wie ich es jetzt erzähle, zum anderen ist das halt ein Abfuck, weil da irgendwie die Stadt Hamburg, die kommuniziert mit der Kommunikationsabteilung, ich glaube, witzig ist das Faktor 3, da sitzt David Klemperer mittlerweile. Das ist ganz klar. Stimmt, Klemper, der Gute ist da wieder vor Ort. Sehen wir uns wieder? Ne, der hat ja, also ist ja ganz klar, ich habe es letztens ja gesagt, das ist ja jetzt so ein Prinzip-Ding, der hat uns damals ja, der hat uns ja damals des Geländes verwiesen. Ja, gut. So was soll ich sagen, ne? Ah, da ist er doch! Ne, das war doch, hä? Das war doch nicht das Tier, oder? Ah, ne, stimmt. Schlange war was anderes. Ne, ist egal. So, das ist eine Kommunikationsagentur, eine renommierte, und das sind gute Leute. Die Stadt Hamburg ist dahinter. Und dann ist da halt Sportworks, als der Veranstalter der holländischen Beachbody-Walltour und King of the Court dahinter. Und das ist ein kommunikatives, also das ist wirklich ein kommunikatives Drecksloch, und das liegt nicht daran, dass die Leute schlecht sind, sondern dass einfach zu viele, zu viele Leute mit eigenen Interessen dran sind, ne? Also da ist auch, dann gibt es da Stadionpartner und so weiter und so fort, die in der Vermarktung drin sind, so für euch zur Info jetzt zum Beispiel, EDEKA wird da als Partner auf der German Beach-Stadt transportiert, ist aber nicht unser Partner, so, ne? Also das ist so, also muss ich nur einspielen, das System, aber grundsätzlich glaube ich, aufgrund dessen, dass die Kosten einfach so explodiert sind, komplett an diese hybride, an diese hybride Nutzung, ne? Ja, ich bin diesmal sehr gespannt, wie es angenommen wird, weil ich mein letztes Mal, da kann man ja auch offen drüber sprechen, fand ich es einfach höchstgradig schwachsinnig, diese Arena mitten auf das Heiligen Geistfeld zu stellen, weil du dann einfach, du hast quasi so, dir einen Bunker, neben diesem riesen Bunker, hast du noch einen Bunker gebaut, und es hat auch einfach absolut keiner mitbekommen und das sollte ja glaube ich, nicht der Charakter von so einem Event sein, weil du da ja wirklich, also die Stadt sollte ja wirklich das Interesse haben, dass das ein Event für die Stadt ist. Ja. Natürlich, dass du auch die ganzen Fans der Sportarten willkommen heißt und die eine möglichst gute Zeit haben in Hamburg, aber dass das wirklich dann so ein Ding ist und das war glaube ich, also fand ich letztes Jahr sehr unerfolgreich, ich bin gespannt, wie es diesmal ist, ich glaube, es ist ein bisschen näher dran. Ne, es ist vorne an dieser, also für alle, die sich in Hamburg auskennen, es ist viel näher an dieser U-Bahn-Haltestelle, die da in St. Pauli ist. Du steigst da aus und kriegst mit, da ist auf jeden Fall ein Fantasy Event. Das macht Sinn, weil sonst hast du nur ein Zelt am Horizont gesehen irgendwo, das wird auf jeden Fall mehr Durchlaufpublikum erzeugen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit durch diesen freien Zugang aufs Eventgelände, könnte schon passieren, dass da was los ist so, oder hoffentlich, und da muss sich sowas halt etablieren, und ich glaube halt immer nur, das habe ich ja gerade gesagt, dass so viele Leute da mit Eigeninteressen dran sind, völlig verständlich auch, ist es halt immer so ein bisschen über 8000 Ecken kommuniziert, so wir kommunizieren nur in unserer digitalen Bubble, Holland kommuniziert über den King of the Court Kanal und erreicht dann mit ihrer Amis, die vielleicht mal OTT irgendwie reinpayen oder so, hilft nicht, Faktor 3 macht dann eine Pressekonferenz am Mittwoch, einen Tag vor Eventstart, wo ich auch so denke, ja, hilft jetzt auch gerade nicht so, also es ist alles so ein bisschen, bin ich total gespannt, also, aber das klingt jetzt zu negativ, das ist gut, und das muss sich etablieren, aber da ist halt jetzt aus unserer POV, ich finde das an sich geil, absolut, Sportarten zu verbinden, die Arena ist geil, der Planten ist geil, aber das ist ja nun mal einfach Tatsachen und Fakten, wir haben dank unserer Community es geschafft, dass da relativ viele Leute hingekommen sind, aber guck doch mal hin, was beim 3x3 los war, oder beim Air Badminton oder irgendwas, da sind Heuballen hin und her gefahren, bei eigentlich so einem Event, wo man sagt, ey geil Mann, 4 Wochen wirklich Sport in Hamburg, so wo es diesen Vibe haben sollte, und das hat es halt nicht, aber mal gucken, wie gesagt, muss ich etablieren, dieses Jahr hoffentlich alles schon ein bisschen besser, und hoffentlich mit möglichst vielen von euch mit am Start. Das hast du schön gesagt, du hast mir vorhin, als du auf Hamburg eingegangen bist, hast du mir, ich habe mir so eine heftig gute Brücke gebaut, zum Social Media Management, und du hast mir die so unter dem, also du hast mir wirklich wegtreten, die Social Media Management. Das ist geil, soll ich dir dann jetzt alles wegtreten, und sagen, wir machen einfach kurz Werbung, für ein Produkt, was du sehr gut gebrauchen könntest, denn Manscaped ist heute auf jeden Fall wieder am Start, und möchte euch gerne mitteilen, dass Nasenhaare im Jahre 2023, also die, die zumindest so rauskommen hier, ich bin ja einer, ich ziehe mir die immer raus, muss ich jetzt glücklicherweise nicht mehr machen, weil der Weed Whacker 2.0 von Manscaped, absolut geil ist, muss man echt sagen, der ist nochmal viel besser als der erste, wir haben ja beide den ersten schon mal gehabt, da habe ich es auch ausprobiert, ich habe nicht so viele Nasenhaare, aber mit dem neuen gehst du da rein, hier 7000 Umdrehungen da mit dem Stahl klingen, und merkst dann wirklich, okay, da wird jetzt mal auf anderem Niveau aufgeräumt, und dieses Gefühl, wenn du dir das da reinhaust, und wirklich merkst, wie er dir da freiräumt, ist einfach geil, und es sieht wirklich räudig aus, wenn man so aus dem, auch aus dem Seitenprofil, dann kräuselt sich da so ein Haar raus, und so, manchmal weiß ich gar nicht, ist es Schnurrbart, oder ist es ein Nasenhaar, und dann gehe ich da mal lieber rein, und räume auf, könnt ihr auf jeden Fall auch machen, der Weedworker 2.0, ist ja auch in diesen ganzen Packages dabei, also Performance Package 4.0, oder auch das neue Platinum Package, da ist dann wirklich alles dabei, hier auch diese ganzen Pflegeprodukte, die wir geschenkt bekommen haben, die, Oh, apropos, können wir die nochmal geschenken, hier das Shampoo zum Beispiel, in der Dusche ist alle hier, Manscaped, wie sieht es aus, ich brauche Shampoo hier in der Dusche, das ist langsam, geht zur Neige. Das wäre gut, also da könnt ihr voll reingehen, Platinum Package, da ist dann glaube ich, statt 315 Euro, kostet das dann im ganzen Paket, irgendwie knapp 160, und darauf würden dann nochmal 20% gehen, wenn ihr reinshoppt, mit unserem Code SCAM20, SCAM alles groß, und dann 20, dazu gibt es dann auch noch kostenfreien Versand, also bei Manscaped.com, ordentlich reinschauen, weil, ja, Nasenhaare, wie gesagt, äh, Upturner. Ja, ja, du hast ja recht. Zeig mal rein, präsentier mal ein bisschen deine, na, da sieht man es nicht. Nee, aber ich habe, ich habe ja, man sieht ja, ich bin ja jetzt aktuell für meine Verhältnisse frisch rasiert, und ich habe da wirklich den, also ich habe, ich benutze dann die komplette Artillerie, die du da gerade vorgestellt hast. Ja, Manscaped wirklich geil. Also habe ich original vorgestern genau so gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist schon krass, was wenn du da für einen Motor in die Nase hältst jetzt, das ist aber wirklich, aber passiert nichts, ne, SkinSafe Technology, es hat noch nicht einmal irgendwo geziebt, oder irgendwo dafür gesorgt, dass irgendwie innen die Haut oder so verletzt wurde, von daher, super geiles Produkt, wie auch der ganze Rest von da, Manscaped.com, Scam 20 für 20% und kostenfreien Versand. Gut, dann jetzt nimm die nicht vorhandene Brücke. Jetzt muss ich wirklich eine bauen, Alter. Und dann sag mal an, warum wir einen Social Media Manager oder natürlich auch eine Managerin gebrauchen könnten. Ab zeitnah. Ja, ab gestern gefühlt, ne. Und jetzt muss man dieses Social Media Management, das ist ja, das Problem ist, das ist so ein bisschen wie, ich bin Coach, so ein bisschen negativ konnotiert, ne, so weil du halt, Coach ist sehr negativ. aber ich finde auch, F an alle Coaches da draußen, also so Sportcoaches, weil so dieses Coach, diese ganzen Mentalleute und ich mache mich zum besseren Menschen, die haben es wirklich verkackt. Ja, das ist das Schlimme, dass du halt, und die Guten werden, die Guten, die sich ja irgendwie aufgrund einer Legacy nachweisen, ich als Coach so, ja, ich mache das seit 20 Jahren und bin damit so einfach richtig erfolgreich, weil ich das gut mache, die werden ja, denen wird ja jetzt einfach die Berufsbezeichnung weggenagelt, ne, das muss man ja schon ganz deutlich sagen, das ist schon krass. Egal, Social Media Management ist halt auch so ein Ding, ne, es ist so eine, die Alten werden sagen, ist das ein Job, ne, so auf dem Niveau, dann heißt das, das werden grundsätzlich, sind das junge Leute, die das machen, die haben noch nicht so viele, meistens noch nicht so viele Erfahrungen, deswegen sage ich, ist negativ konnotiert, die sind ja auch oftmals so ein bisschen in älteren, in älteren Unternehmen sind die ja so belächelt, auf TikTok ist es ja zum Beispiel ultra viral, diese Witze darüber, dass, äh, der Admin so dahinter, der dann die Dinger macht, ja, ne, dass sich alle über die Social Media Abteilung muss sich machen, ja, aber Leute, wir würden jetzt hier auch nicht sitzen, wenn es diese, diesen Bereich nicht gäbe. So, und jetzt haben wir ja mit deinem einen Auftraggeber nächstes Jahr, das haben alle mitbekommen, plus aber auch wir selber eigene Projekte, die dann mittlerweile, aufgrund dessen, dass man zu viele Plattformen bespielen muss und wir ja schon ganz gewählt, äh, arbeiten, ähm, einfach, wir schaffen das nicht mehr, also Dirk könnte, das ist ja immer so ein Kapazitätsding, ne, Dirk und ich könnten natürlich jeder 20 Stunden in der Woche auf Instagram-Kanälen hängen und posten und keine Ahnung was und Community-Management machen, aber dann können wir halt 20 Stunden nichts anderes machen und deswegen glauben wir, äh, diese Kanäle in guten Händen zu wissen, ist wahrscheinlich die bessere Lösung beziehungsweise ist unabdingbar und das ist ein Social Media Manager in total, also es geht darum, auf jeden Fall hochfrequent und flexibel mit dem gewissen Know-how für Sport und, ne, ein bisschen Fingerspitzengefühl Social Media Kanäle zu führen und das kann ich auch ganz offen, es geht um den Dein Volleyball-Kanal, den wir führen werden, also Dein Volleyball, der, der Bounce House-Kanal, der alte wird umgeblendet in Zukunft, dann ist das Dein Volleyball, dort wird größtenteils über die Männer-Bundesliga, aber auch über die Frauen-Bundesliga, weil die auch auf Dein läuft, ähm, berichtet, dazu gibt's Dein Tischtennis, weil wir es auch, das ist unser Redaktionsauftrag, dann liegt's logischerweise näher bei uns als bei Dein selber, den zu betreuen, ähm, Plus-Sachen wie Eintracht Spontent, das ist, das ist ein Kanal, die Bounce House-Kanäle, der Spontent-Kanal selber, dazu kommt dann YouTube, das ist so eine Hybridstelle, weil da eher die Content-Creator und Cutter dann die, die, äh, die Uploads machen und so, aber so dieses ganze Areal, das suchen wir und da ist jetzt die Frage, für mich stellt sich auch die Frage, das könntest du vielleicht am besten, also ich könnte jetzt, es gibt jetzt zwei Herangehensweisen, entweder das ist so ein gelernter Social Media Manager, hallo, ich hab jetzt drei Jahre in der Werbeagentur gearbeitet, hab das so und so gemacht und ich würde mich jetzt gerne bewerben, dann gucke ich da drauf und sage, wahrscheinlich versteht der sein Handwerk oder ist es eher einer, und deswegen spreche ich das hier an, aus der Community, der dafür affin ist und so verlässlich, wie zum Beispiel eine Clara, das war jahrelang, weil wir merken selber, seitdem die nicht mehr am Start ist, weil die im Ausland ist, dir hat das echt schon einen Unterschied sehr gut gemacht, erschreckend gut gemacht und es fällt jetzt auf, wo sie weg ist, das heißt, wir hatten das Glück, dass wir von Anfang an jemanden hatten, der die wirklich so pfleglich behandelt hat, die ganzen Kanäle und hat halt ein Loch hinterlassen, plus könnte auch, das, was jetzt an Volumen dazu kommt, überhaupt nicht alleine stemmen. Ja. So. Und ich weiß nicht, wie schätzt du es ein? Wen braucht man da? Total schwer, ne? Schwer. Ich meine, was ist denn das Aufgabenprofil? Ich meine, man muss, also ich glaube so, ein bisschen natürlich eigene Kreativität und so einen Mini, zumindest mal einen kleinen Hang zu haben, eigentlich auch fast selber so in Richtung Content Creation ist, glaube ich, fürs Verständnis gut. Also Basic Cutting oder sowas. wir suchen niemanden, der uns jetzt irgendwie sagt, wie Content geht. Das wird nicht funktionieren, weil spätestens ich werde dafür sorgen, dass ihr rausfliegt, weil das wird, also sorry, also die Person will ich sehen, die mir auf einmal sagt, wie es gehen soll und ich sage, jo, hast recht. So, das wird nicht passieren, weil ich im Zweifel zu unvernünftig bin. Ja. Naja, aber trotzdem natürlich da ein Verständnis für zu haben hilft, dann brauchen wir natürlich organisatorische Skills, weil das ist das, was uns, mir und vielen anderen auch oft abgeht. So tatsächlich dann da, dass die Gewissenhaftigkeit dahinter, das ganze Planen natürlich auch, das Organisieren, die einzelnen Schnittstellen, es gibt ja dann theoretisch bei den ganzen Kanälen, redest du von verschiedensten Cuttern, von verschiedensten Creatoren und Gesichtern, die da irgendwie auftreten und das so ein bisschen zu organisieren und zusammenzuhalten, ist auf jeden Fall ein Punkt und dann aber natürlich auch einfach gewissenhaftes Arbeiten, weil jetzt gerade so, du hast einmal schon gesagt, so Sachen wie Community Management sind halt einfach auch unterschätzt wichtig. Mega wichtig. Also wir suchen da jetzt auch keinen Aktenträger, der dann irgendwie von 9 bis 15 Uhr einstempelt und dann sagt, so, jetzt juckt mich das wieder nicht, was da passiert. Da muss man dann schon leidenschaftlich dabei sein bei dem Kram. Ja, und dann auch ganz bewusst, wir werden jetzt eine Ausschreibung machen wieder, ich hasse auch dieses Thema, da müssen wir eigentlich mal drüber reden, aber du kriegst da zu wenig, leider kriegst, oder Gott sei Dank kriegst du da zu wenig von mit von diesen Jobausschreibungen, Alter, was da immer dann hier Christian und Arne und so dann da immer, immer da zurechtbauen. Ja, der muss schon sitzen, ne? Boah, Alter, und dass dieser Prozess dauert so lange, nichts gegen die Jungs, ne? Weil das ist einfach so ein elendiger Scheiß, dann kriegst du 800 Bewerbungen und musst das irgendwie und so. Wichtig ist, da ist jetzt ein Thema, da müssen wir super flexibel sein. Wir werden jetzt, auf unseren Kanälen wird ausgeschrieben, Social Media Manager, Doppelpunkt in. So, suchen wir, klar. Aber, da drunter wird safe stehen, ich hoffe zumindest, so habe ich das auf jeden Fall gebrieft, kann in Teilzeit als studentische Hilfkraft, als Vollzeitkraft oder sonstiges sein, weil es kann ja auch sein, dass wir drei Leute finden, der eine sagt, ey, ich kann Tischtennis, der eine sagt, ich kann Volleyball und der eine sagt, ich kenne die Community, ich würde da gerne ein bisschen unterstützen oder, oder, oder und dann können wir es aufteilen. Also wir finden da, das heißt, da können gerne, könnt ihr Bewerbungen an jobs.spontent.lol schicken, also wirklich Bewerbungen. Wenn ihr dumme Rückfragen habt, schickt mir bei Instagram. Also wirklich, meine ich ernst, dürft ihr sehr gerne machen, wenn da irgendwelche Rückfragen kommen und auch wenn ihr jemanden kennt, sehr gerne empfehlen, weil das ist ein super interessanter Job. Da bin ich mir sicher, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man aber keinen Bock drauf hat, dann lieber auch gar nicht bewerben, weil das ist schon, also so in diesem Dreieck oder Fünfeck, was du da gerade skizziert hast, zu sitzen, kann ultra erfüllend sein, kann aber auch einfach nur nervig sein, weil man halt zwischen ganz vielen Künstlern und Content-Creatern einfach sitzt, ne, und gleichzeitig auch noch sportaffin sein muss und dann noch die Einflüsse von deinen, auf den Kanälen zumindest, auch noch beurteilen muss. Also es ist kein 8-to-5-Job, das ist auch klar, weil wenn die Eintracht um 21.30 Uhr auf den Samstag den Matchball verwandelt in dem Spiel, da muss da halt irgendwas Geiles passieren, so auf dem Kanal. Werden da die Matchbälle wieder verwandelt, ohne Netzfehler diesmal natürlich, sonst werden die Haare pink. Ne, also von daher sind wir sehr gespannt. Feel free. Viel free. Boah, da bin ich gespannt. Da mal reinzugehen in die Bewerbung. Weil das könnte jetzt ein Job sein, wo, da könnte das Postfach explodieren gefühlt. Theoretisch müsste man da, müsste das jetzt, müssen da ein paar reinkommen, ne? Naja. Bei so modernen Job. Da bin ich mir, das wird doch gerne mal dann immer, Mama, Papa, ich bin jetzt Social Media Manager, und dann geht's erstmal los. Ja, ja. Hä, was, Junge? Kann ich mal bei meinem Faller. Bei meinem Faller kann ich mir das so vorstellen. Das wollte ich nicht mal ordentliches machen. Geil, ey. Ja. Ey, apropos Social Media, als ich heute Morgen aufgewacht bin, war mal eine Timeline voll, Dirk. Mit deinem Goat. Ja, ich bin noch nicht so ganz bereit, über alles zu reden, ehrlich gesagt. Ich muss das erstmal noch, ich muss das noch verdauen. Also, ich glaube, es war erwartbar, dass man jetzt nach LeBron, also, ne, nach so einer Saison, nach auch diesem harten Weg zurück, dann, glaube ich, auch Hoffnungen, die gekommen sind, Erwartungen von außen, die gekommen sind, dann auch natürlich auch bei ihm selber. Dann diese Enttäuschung natürlich, jetzt erstmal wegzustecken, dass man da mit einem Broomstick, mal ehrlich, von rechts nach links geschoben wurde, und die Nuggets da jetzt 4-0 drüber gefahren sind. Das ist schon sehr, sehr heftig zu verkraften. Ich bin mir extrem sicher, dass LeBron James seine Karriere nicht beenden wird. Ja. Weil, ich meine, er hat es auch einfach seinem, oder er hat es nicht seinem Sohn versprochen, weil er hat auch schon gesagt, das ist auch wieder, ne, LeBron ist einfach so ein, er ist so ein heftiger Typ, weil auch da wieder, da hat er wieder genau das Richtige gesagt, dass er genau meinte, ey, ich mach das nicht, ich verspreche das auch nicht meinem Sohn, ich, ich, also, ne, das sind gar nicht die Erwartungen, die ich irgendwie an meinen Sohn hänge, das ist einfach nur das, was ich mir selber versprechen will. Es ist mein Wunsch, mit meinem Sohn zu spielen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht sein Wunsch, so, ich äußere nur, dass ich das gerne realisieren würde, irgendwie sagt, ich muss unbedingt mit meinem Dad spielen, ich will auch gar nicht seine Karriere da beeinflussen oder irgendwas, das fand ich auch schon wieder so geil, dass er das gemacht hat. Aber das war ja so ein Grund, warum man eigentlich damit rechnet, dass LeBron noch ein, zwei ranhängt. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber natürlich ist es heftig und, ja, bin ich auch ein bisschen gebrochen, muss ich sagen, dass es jetzt so ausgegangen ist. Auch wenn ich es, da habe ich ja mit Martin und Tim, habe ich da kontinuierlich und ab und zu auch mal im Stream mal einen Take gelassen, ich natürlich jetzt auch damit gerechnet habe. Also, ich habe auch mit dem Streep gerechnet, habe ich auch in R gesagt. Also, nach dem 2-0 war das Ding für mich eigentlich durch. Nach dem 2-0? Hättest du vor der Serie? Ich habe ja einmal, nein, 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 vor der Serie habe ich auch Onya gesagt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ein ganz gutes Matchup ist. So, ne, dass wenn Anthony Davis eine gute Serie spielt, dass sie es machen können, so taktisch hat Denver das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Anpassungen waren eigentlich vielversprechend, die dann da kamen, aber hat es halt nicht gereicht, ne? Dann haben die Roleplayer halt nicht genug geliefert. Ja, und wenn man das auch mal sagen kann, die Nuggets haben aber auch in den richtigen Situationen ist jeder, aber jede Münze genau auf ihre Seite gefallen. Jamal Murray ist einfach wieder der beste Point Guard der Liga gerade. Jokic spielt unfassbar geil. Wie heftig ist er bitte? Ja, er ist ein unfassbar geiler Typ. Ich würde, du kannst ihn immer noch als underrated reinpacken, weil es fällt ja in solchen Matchups auf, wie heftig, wie gut er ist. Das ist krank. Ja, es ist, wenn man drüber spricht, dass der, gut, jetzt ja nicht mehr, jetzt ist er im Bieter-MVP, aber der davor Back-to-Back-MVP, dass der, dass der underrated ist. Ja, das ist... Aber ich rede jetzt nur von der Berichtung, nein, ich rede nicht von dem, dass er in den USA wieder so wahrgenommen, und klar. Und die Statline sagt auch alles. Aber in der Außendarstellung überflügeln diese Currys und LeBrons alles, und er ist einfach so, so ganz bodenständiger, ich mach meinen Job, ne? Macht er ja auch. Also ist auch für den ganzen Trubel nicht so zu haben. Ist ein sehr lustiger Typ, sehr charismatisch. Also wenn er dann mal auch ein Interview macht und ein Statement hat, ist das immer ultra geil. Aber der macht halt einfach sein Ding, ne? Und dem geht's dann gut. Dann ist er irgendwie auf seiner Ranch oder so dann da unterwegs. Ist ja auch ein ganz anderer Typ natürlich, der gar nicht nach irgendwie Boulevard und Trubel und Feiern gehen und Celebrity sein Bock drauf hat. Und das ist jetzt heftig. Also ich brauche jetzt ein bisschen, bis ich mich davon erholt habe, aber dann werde ich mich auch, glaube ich, wieder hypen können für eine krasse Finalserie, die, das ist ja auch spannend, erstmal für die NBA eigentlich eine kleine Katastrophe ist. Weil die Ratings, also wenn wir schon von TV-Zahlen sprechen und das ist natürlich auch wichtig für die Liga, das wird nicht gut sein. Nee. Also eine Liga guckt da natürlich drauf. Deswegen gibt es ja auch immer diese ganzen Ricks-Skandale und dass die Liga will, dass die Lakers ins Finale kommen und Mensch, die Nicks müssen nochmal wieder erfolgreich sein und wir schieben da mal einen Draft-Pick zur richtigen Franchise. Das sind ja diese Gerüchte, die sich halten. Es gibt meiner Meinung nach ein paar stichhaltige Gerüchte, gerade so bei so Draft-Lottery-Geschichten. Wie letzte Woche wieder gesehen hat. Dass die Spurs da natürlich hier den Freak-Franzosen bekommen haben. Nö? Ein bisschen fishy ist es vielleicht auch. Aber das ist halt spannend, aber trotzdem rein von der Storyline her. Also wir haben jetzt entweder Jokic, der seine Legacy dann mal zementieren kann, weil er nach den ganzen Vorwürfen, dass er in den Playoffs nicht liefert und das alles brotlose Kunst ist, würde der seinen ersten Titel holen. Oder wir hätten mit Jimmy Butler einfach einen der krassesten Titel of all time. Also das reiht sich ein. Ich würde sogar sagen, es ist noch... Das ist jetzt krass, weil die Leute natürlich da getriggert sind. Ich würde fast sagen, es ist noch heftiger als Dirk's Titel dann. Also Dirk's Titel mit den Mads. Noch unerwarteter meinst du? Ja. Oh, das ist schwer zu vergleichen. Der war natürlich hammergeil, weil er da ja auch so dieser Lone Star war mit einer Truppe voller richtig geilen Roleplayern. Ja. Darf man ja nicht vergessen. Und mit Jimmy, gut, Bam Adebayo spielt gerade auch wieder gut, aber das wäre einfach krank. Also als Eighth Seed, da musst du ja auch historisch reingucken, wann das das letzte Mal passiert ist. Das kannst wenn, dann du beantworten. Aber ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm. Das müsste man mal gucken, ob es überhaupt passiert ist. Ja, aber die, die da draufgegangen sind, die haben die ein oder andere, die würden dann den ein oder anderen Dollar ausgezahlt kriegen. Die hätten einen netten Markt gemacht. Ja, das ist heftig. Nö. Also das würde mir schon auch noch Spaß machen, aber jetzt erstmal bin ich in so einem kleinen Loch. Okay, völlig verständlich. Aber sorry, ich muss das heute ansprechen. Also es ist ja jetzt heute Dienstag, paar Stunden nach dem 04. Ja. Muss man durch. Ich finde, LeBron, was ich geil finde, das ist auf dem Niveau so, wo du es gerade sagst, ist ja völlig logisch, dass er sich solche Ziele setzt, weil welche soll er sich sonst setzen? Ja. Also zu brennen und zu sagen, ich will noch ein richtig guter Daddy sein, wenn mein Sohn in die Liga potenziell kommt, ist ja ein total geiles Ziel, weil die anderen, die zünden dich nicht mehr so an. Also kann ich logisch nachvollziehen, ohne dass ich irgendwie mich da vergleichen möchte oder so. Weil es ist verständlich, dass du irgendwann anfängst, dir solche Ziele zu setzen. So. Ja. Ja, es ist halt total spannend. Ich meine, man hat ja, die Lakers haben es ja jetzt auch gut gemacht während der Saison. Die sind ja schon in der Lage, nächstes Jahr ein Team aufzustellen, was dann theoretisch auch wieder eine Chance auf den Titel hat. Weil LeBron ähnlich spielt wie diese Saison und dann Anthony Davis, dann ist es halt noch klarer, dass er dann halt diese Rolle als Nummer eins dann einfach rein muss und du dann gute Roleplayer brauchst und hast ja auch eine Chance. Aber es ist ja halt so ein Grind wieder zu sagen, weil, ich meine, der Typ ist fast 40, der muss die ganze Off-Season, investiert ja nicht nur Millionen, sondern auch so viel Stunden und Zeit wieder in diesen Körper, um den halt wieder so zu halten. Ja, der sitzt wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Rad, um sich zu regenerieren und dann geht es wieder los. Ja, irgendwie so. Und vielleicht überlegt er halt das erste Mal, Mensch, ich könnte mir jetzt einfach auch mal ein bisschen den Bim Bam baumeln lassen, könnte vielleicht auch irgendwo nochmal einen Ring chasen und da der fünf beste Spieler sein oder so, indem ich einfach nur noch 25 Minuten pro Nacht spiele, nicht mehr so viel in meinen Körper investiere, vielleicht nur noch 40, 50 Mal spiele in der Regular Season und dann gucke, dass er in den Playoffs läuft, dann trinke ich einmal öfter einen Vino und mache mal ein bisschen weniger. 40, 50 fände ich okay, aber ich, es ist aber auch so heftig aus L.A. wegzugehen. Ja. In dem Alter. Das ist echt nochmal, also... Nein, das sehe ich ja auch nicht kommen. Deswegen, und dann zu sagen, dann ist vielleicht Karriereende die Option, ich denke es wie gesagt nicht, aber das wäre auch mal, das wäre wirklich dieser, weil Appreciate Greatness ist ja immer dieses Ding und das schafft man selten, diese krassen Athleten wirklich zu appreciaten und wäre das ein Schlag in die Fresse oder mal kurz ein Flachkörper ins Eisbad, wenn LeBron James ist jetzt einfach so ein Karriereende verkündet. So, weil dann würde es mal so reinkicken auf einmal, was Alter, jetzt gibt es auf einmal eine Welt ohne LeBron? Dann ist Dirk, dann ist Dirk eine Woche off, Alter. Dann ziehst du dich in den Keller zurück oder was? Ja, da muss ich erstmal wirklich dann, ja, das wäre, das wäre heftig. Das wäre wirklich heftig. Okay, wir haben einen Strich drunter. Entschuldige, dass ich dich heute darauf angesprochen habe, aber es ist in Ordnung. Ich muss es ja eh verarbeiten. Ja, okay, dann haben wir einmal drüber gesprochen. Ich habe noch eine andere Sache mitgebracht, sorry, wenn ich das so hier gerade, weil das beschäftigt mich. Ich habe so ein paar Sachen, wir haben uns schon wieder zu lange nicht gesehen. Meine Frage und die ist, also, ist wirklich wichtig für mich zu klären nach vielen Jahren und ich habe mir heute diese Frage, ich kann sie endlich richtig aussprechen. Wenn man seine Wäsche wäscht und, und flüssiges Waschmittel in die Waschmaschine packt, warum hat man dann manchmal auf so einem T-Shirt so Waschmittelflecken, so weiße Puderdinger, das verstehe ich nicht. Ich habe das noch nie verknüpft. Kommt das dann daran, oder was, wenn man ein Flüssiges nimmt, kriegt man diese Flecken und bei Pulver nicht? Nein, eben nicht, das ist es ja, doch, bei Pulver würde ich das ja verstehen, weil es sich nicht richtig auflöst, weil es sich ablagert. Aber wie soll denn, das verstehe ich nicht und auch so 18 von 20 mal geht es gut, zwei von 20 mal nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Ich dachte immer, dass diese Flecken immer Deo sind oder so. Nein, die sind dann, ich habe jetzt ein T-Shirt an, dass ich das halt hier so weiß. Das ist ja total scheiße. Ich checke aber nicht, woher. Dann habe ich alle drei Monate einmal und weiß nicht, wie das passiert. Was macht man denn dann? Wäscht man nochmal? Oder akzeptiert man einfach sein Schicksal? Ich akzeptiere jetzt gerade mein Schicksal, offensichtlich so. Würde ich auch machen. Ja, ja, aber ist das so ein Ding, stell dir mal vor, du wäscht und sagst, das muss ich morgen anziehen. Es gibt ja Leute, das muss ich morgen anziehen und dann hängst du da und dann guck dir die Scheiße an. war keine Frage an dich, war eher eine Frage an Chatsum. Ja, brauchst du wahrscheinlich wieder super spezielles Waschmittel und hast dann für die vier verschiedenen Wäschen, die du hast, hast du vier verschiedene Sachen da stehen. Ja, ja. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Nee, da sind wir die Falschen, Dirk. Da sind wir die Falschen. Aber das ist echt, ich dachte, also da gerne auch mal Bezug nehmen, weil das ist ein Thema, das hat mich heute Morgen sehr beschäftigt, weil irgendwie alle meinen, die ganze Wäsche sieht so aus jetzt gerade und ich frage mich, warum? Hast du immer noch nicht umgestellt, ne? Du hast noch sehr viel Schwarz an momentan. Ja, im Gegensatz zu dir war ich aber jetzt zwei Wochen nicht draußen. Also ich habe ja noch gar nicht gemerkt, dass es draußen warm ist. Das ist mein Ding. Ja, ich habe, ja. Ja, ich war ein bisschen draußen, ja, zum Glück. Das ist auch geil, weil du hast jetzt richtig Farbe im Gesicht, ne? Ja. Also im Gesicht hast du ordentlich einen abgekriegt. Das finde ich eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz nice. Sieht ein bisschen aus wie Donald Trump hier gerade in der Kamera, das stimmt. Du siehst aus wie Donald Trump? Ein bisschen, ja. Ach. Was ist eigentlich, ist der bei dir, ist der nur bei mir im Algorithmus? Der wird gerade wieder lauter, ne? Donald Trump da drüben, oder? Klar, Alter. Elbpräsidenten bald wieder. Es geht los. Erstmal kurz den Skandal und eventuell, dass er jetzt, er muss ja ein paar Millionen zahlen dafür, dass er eventuell ein paar Frauen belästigt hat. Mein Gott. So, ne? Wer kann sich da schon vorverschließen? Spaß, Chat. Spaß. So, den wird er jetzt verdauen und dann aber mal ganz schnell wieder. Und da lieben wir doch unsere US&A dafür, dass das tatsächlich möglich ist. Dass der Mann nach so einem Skandal vielleicht nochmal Präsident wird. Das ist einfach herrlich. Das hat positiv ausgedacht, weil er jetzt wieder in den Schragsalt ist. Das ist wirklich, was da passiert ist, das ist krass. Apropos USA, ich muss auch nochmal Bezug nehmen. Und das ist dann auch mein letztes Thema, Dirk. Entschuldige. Ich habe jetzt, ich habe ja noch die Anweisung bekommen, mir dringend noch Tesla anzugucken als E-Wagen. Ja. Das habe ich letzte Woche gemacht. Mittwoch. Weil ich muss mich ja, für die, die letzte Woche nicht gehört haben, ich muss mich ja in so ein Auto reinsetzen und ich muss da reinpassen. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Und dann muss das Ding auf jeden Fall wegen Versteuerung, macht das Sinn, dass unter 60.000 kostet und so weiter und so fort. So, das sind die ganzen Themen. Also reinpassen und keine Budgets sprengen. So. Und dann gehst du zu Tesla und setzt dich in diesen, in diesen Wagen rein und passt rein und fängst dann an im Kopf, dich damit zu beschäftigen, so, warum weiß man nicht, dass dieses Auto so groß ist? Warum wird das nicht, warum wird dir das nirgendwo angezeigt? Warum, weißt du, was ich meine? Also dieses ganze Ding und ich beschäftige mich seit fünf Tagen mit dem Lobbyismus der deutschen Automobilbranche, weil ich so das Gefühl habe, die haben da einen riesen Competitor am Markt, den die Audis und BMWs und wie sie alle heißen einfach so unter den Teppich kehren wollen, weil ich sag's dir, wieso ist das? Ich bin seit letzter Woche Mittwoch komplett in Tesla verliebt, Alter. Und es war offensichtlich, also jeder, der mich gut kennt, denen mach ich einen Vorwurf. Die anderen, die mir den netten Rat gegeben haben, die da vielen Dank, das war, wie gesagt, hat mich jetzt quasi überzeugt, aber die, die mich gut kennen, die hätten mich auch mal vorher anwinken müssen, weil das ist so ein Fit auf alles, was ich brauche und gut finde, dieses Kfz. Ich werde dann nochmal, kann ich gerne nochmal genauer darüber sprechen, weil ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe. Ultrakrass. Ja. Also wirklich. Kann ich verstehen, wie gesagt, war ja auch, hab ich glaube ich auch irgendwann mal ausgesprochen, also es gibt ja immer noch das Running Meme mit dem Porsche Cayman S. Ich sag auch immer noch, ich muss es irgendwann, sollte ich irgendwann mal genug Geld haben, müsste ich es eigentlich durchziehen, schon alleine fürs Meme. Ja, genau, stimmt. Schon alleine fürs Meme müsste ich es machen, aber ansonsten wäre jetzt auch so, also Wunschauto oder Traumauto, wäre auf jeden Fall in die Richtung. Ich finde das einfach geil. Ich glaube aber auch, also Tesla ist doch auch wieder so ein Ding, ist wahrscheinlich wieder so ein, auch ein bisschen, also die werden einfach auch nicht so viel machen, oder? Das ist ja Selbstverständnis, haben sie gar nicht nötig. So der Tesla-Markt ist doch von alleine da. Nee, 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 nee. Ich glaube, das ist wirklich die, das ist einfach die Lobby. Aber wovon reden wir denn, dass sie dann nicht in der Autobild sind, oder was? Nein, das nicht. Nein, da werden die getestet, aber es geht doch um die, das wird, das ist richtig, nicht richtig heftig, wie das unteren, also der Einfluss, der Einfluss ist ja, ist ja eklatant. Und die haben, die haben diesen Giga-Store da in Brandenburg hingebaut, wo die Dinger gefühlt eine Minute, also hintereinander weg, die ausspucken die E-Wagen. Und die sind auch aktuell, habe ich jetzt auch festgestellt, die sind die einzigen, die gegenwärtig einfach verfügbar in einer großen Stückmenge diese Kfz zur Verfügung stellen können. Ich war da Mittwoch da, gefühlt war das, willst du den sofort mitnehmen, hast du nur mal ein Schild dabei und dann go. Also auf dem Niveau. Und alles. App. Du gehst mit dem Handy in die Nähe, hältst das da dran, dann fährt das in deine, für mich gibt es nichts Schlimmeres, ein Auto einzusteigen, wo vorher jemand Kleines drin saß. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich breche mir jedes Mal Knie. So und der fährt dann automatisch in die Sitzposition und solche Sachen. Das ist einfach nur heftig. Also wirklich richtig, richtig, richtig krank. Läuft bei dir. Ja, absolut. Das wollte ich damit erzeugen, dass es läuft. Das ist, das ist, das braucht halt ein Kfz, was groß genug ist. Ja. Das ist doch gut. Das ist ein gutes Auto. Was soll ich sagen? Ja, plus eins. Ich lass mich da nicht, ich lass mich da nicht einreden, das ist ein Vernunftsauto. Ich will jetzt gar nicht, wir können gerne dieses Meme, wir können das natürlich gerne spielen, dass hier der Big CEO oder whatever, dass der Tesla fährt von mir aus, Alter. Ist auch, ich hab das auch nur gemacht, weil ich ein, weil ich ein, wie heißen die Dinger, weil ich ein Bild von dem kiffenden Elon Musk neben mir stehen hab im Büro. Ähm, da, deswegen hab ich das gemacht. Alles andere hat gar keinen Grund. Also es ist nur das und Profilneurose, man kennt es. Ja. Und freu dich schon auf die ganzen Leute, die jetzt kommen. Ja, rechne erst mal, guck mal, nimm mal ein Maßband raus, guck mal die Spaltmaße an, da bei der Scheiße. Das ist aber nicht, die Spaltmaße sind aber nicht gut da. Ist mir doch scheißegal, ich pass da rein. Also, wird schon. So, das als Info. Vielen, vielen Dank für den Hint, weil das, seitdem bin ich, also es hat zwei Minuten gedauert, um mich zu überzeugen und da hab ich mich sofort geärgert, warum ich vorher 20 Stunden in andere Sachen investiert habe. Weil da brauch ich keinen, das war, da war ein No-Brainer in dem Moment. Aber gut. Ja, so ist es. und den kann ich jetzt auf jeden Fall irgendwann abholen. Also, theoretisch könnte ich den jetzt haben. Nice. Ja, ja. So, das als Update. Da hab ich meine, meine Schuldigkeit für die heutige Episode getan, die Bezugnahmen. Gut. Strich drunter oder was? Ja. Hören wir uns nächste Woche wieder? Könnte sein, ja. Mit einer neuen Episode? Es geht.